Um 4.17 Uhr begann die Erde zu beben. Vor genau einem Jahr kam es im Südosten der Türkei und Nordsyrien zur Katastrophe. Seither leiden hunderttausende Menschen weiterhin unter den Folgen. Wut auf die Regierung und Verzweiflung prägen die Stimmung in der Region. Das zeigte die Gedenkfeier in der türkischen Stadt Antakya am 6. Februar 2024 deutlich. Niemand war an diesem Tag bei Ihnen. Es tut Ihnen weh, dass Sie nicht gerettet wurden. Ihre Stimmen wurden nicht gehört. Der Protest ist ein Echo des Leides dieser Menschen. Es ist ein Echo dessen, wie sehr die Menschen gelitten haben. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Schmerz wieder gut zu machen. Die Herzen dieser Menschen bluten. In der Stadt wurde der Opfer gedacht, die Regierung ausgeputt. Sie beschimpften sie teilweise als Mörder. In Sprechchören forderten sie den Rücktritt des Provinzbürgermeisters Lutfü Savas und skandierten Hört jemand unsere Stimmen? Es kam auch zu Rangeleien mit der Polizei. Der Regierung unter Führung der islamisch-konservativen AKP wird vorgeworfen, zu spät mit Rettungsaktionen und Hilfslieferungen in die betroffene Region im Südosten des Landes reagiert zu haben. Der Wiederaufbau in der Provinz Hatay und ihrer Hauptstadt Antakya wird ebenfalls als zögerlich und unzureichend kritisiert. Die Regierung von Präsident Erdogan ignoriere das Leid der Menschen in Hatay. Auch Savas, der der größten Oppositionspartei des Landes angehört, wird Untätigkeit und Nachlässigkeit vorgeworfen. Die Schweigeminute um 4.17 Uhr Ortszeit wurde von Rufen wie Hört jemand unsere Stimmen unterbrochen. Dieser Satz drückt die Verzweiflung der Menschen aus. Sie fühlen sich mit den Folgen der Katastrophe alleingelassen. Auf den Ruinen zerstörter Gebäude zündeten Menschen Kerzen in Erinnerung an die Opfer an, warfen rote Nelken von einer Brücke in den Fluss Asi. Auf Transparenten forderten sie, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Erdogan hatte zwar einen raschen Wiederaufbau der Region versprochen, doch die Menschen vor Ort leiden weiterhin unter den Folgen des Bebens. Sie klagen über fehlende Hilfsleistungen wie Lebensmittel und Kleiderspenden. In der Türkei leben offiziellen Angaben zufolge fast 700.000 Menschen in Containern. Obwohl Ankara erklärt, dass die Zeltstädte aufgelöst wurden, leben noch immer Menschen in Zelten. Laut Save the Children lebt jedes dritte Kind, das in der Erdbebenregion obdachlos geworden ist, noch immer in einer Notunterkunft. Untertitelung des ZDF, 2020